KONDOR 2 KONDOR 2 KONDOR 2 KONDOR 2 KONDOR 2 Was ist los? Ich kann das alles nicht mehr hören. Jungs, Schimmi, lass den Motor an, zum letzten Mal wir starten. Geh in den Kesseln, lieb noch deinen Mann, und will nicht länger warten. Sonde? Jede aufsteigende Dakota-Maschine wird sofort unter Feuer genommen und abgeschossen. Kannst du mit dem Kerl los? Jeder hat so seine Tage. Tage? Der hat schon seine Wochen. Was lacht ihr denn so dämlich? Du warst doch dabei, als der Alter den Befehl gab. Warst du wirklich so besoffen? Hat doch niemand behauptet. Und einen Whisky hast du dir nach deiner famosen Bauchlandung ehrlich verdient. Wegen so einer blöden Bauchlandung trinke ich doch nicht. Sondern? Mir liegen die Toten im Magen. Es kotzt mich an, wenn ich mir dann sehen muss, wie sie da vorne verrecken und für welchen Mist sie verrecken. Seid ihr alle selbstmörder oder habt ihr den Verstand verloren? Seht ihr nicht, was hier gespielt wird? Willet ihr es nicht ebenso machen? Wenn ihr könntet, c'est la vie. Wo ist das gelbe Luder? Ich weiß nicht, was sie wollen. Auf das wunderbarste und beschissenste Geschwader der Welt. Auf die Friedenweise! Es spielen die Vietnamesen Thao und Dong. Wolfgang Heinz, Christine Lassar. Günter Simon, Kurt Piritz. Norbert Christian, Hans-Walter Klasen. Werner Lierk, Gerhard Frey. Otto Stark. Horst Schön, Dom de Bern. Wolf Martini, Thea Elster. Regie, Erich Engel.